Ich glaube, ich habe den größten Anti-Mate in Rocket League gefunden. Das hier hat mir einen Zuschauer geschickt. Er fährt hier nicht zum Kick-Off. Nein, er holt erstmal Boost. Und das fand, glaube ich, der Teammate nicht so geil, weil er den Boost auch haben wollte. Wie kann man sich denn so schnell aus der Fassung bringen lassen? Guck mal hier, schöne Recovery und der Teammate... Ey, der muss doch seine Mutter beleidigt haben, oder? Aber was der auch zusammenspielt, was ist das jetzt da hinten? Was soll das? Und ich glaube, jetzt schreibt er ihm was in den Team-Chat. Was würdest du denn so einem Random-Mate schreiben? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Und er macht natürlich einfach weiter. Es ist ein 3 gegen 1. Aber dafür schlägst du dich wirklich gut. Du schaffst sogar hier noch ein 5 zu 3. Leider verloren, aber trotzdem Props an dich für diese Leistung.